Drei-dimensionale Gitterfehler Drei-dimensionale Fehler sind Fehler, die viel größer als andere Gitterfehler sein können. Sie treten sowohl bei allen metallischen Werkstoffen als auch bei nicht-metallischen Werkstoffen auf. Aufgrund der Größe sind diese Gitterfehler sogar schon mithilfe von Lupen oder Mikroskopen erkennbar. Dazu gehören Poren, Lunker, Risse, Einschlüsse und Ausscheidungen. Poren Poren sind ein häufiger Gefügebestandteil von Werkstoffen. In Keramiken sind sie die Folge eines zu kurzen oder bei zu niedrigen Temperaturen durchgeführten Brandes, sodass noch kein dichter Körper entstehen konnte. Aber auch Gasentwicklung in einem bereits dichten Körper kann zu Poren führen. Ebenso können ungünstige Korngrößenverteilungen des Ausgangspulvers zu Porenbildung führen. Bei Metallen wird zwischen Gasporosität und Erstarrungsporosität unterschieden. Während die Poren bei der Gasporosität rund und isometrisch sind, so sind sie bei der Erstarrungsporosität eher eckig und ungleichförmig. Die runden Gasporen bilden sich, wenn in der Schmelze, zum Beispiel in Folge von Konvektion, Gase eingeschlossen werden und diese während des Abkühlungsvorgangs nicht entweichen können. Die eckigen Erstarrungsporen bilden sich während des Abkühlungsvorgangs eines Metalls aus der Schmelze. Zu Beginn der Erstarrung wird die Schrumpfung durch die freie Bewegung von Schmelze und Kristallen ausgeglichen. In einem späteren Stadium muss die Schmelze durch enge interdendritische Kanäle fließen. Wenn der Druck zu klein wird, stoppt der Schmelzfluss und es bilden sich Poren bei der Erstarrung. Solche Poren können durch Umformen oder sogenanntes heißisostatisches Pressen eliminiert werden. Grundsätzlich gilt, dass mit zunehmender Porosität die Festigkeit des Werkstoffes abnimmt. Lunker Lunker sind Hohlräume im Inneren eines Werkstöckes oder Einbeulungen an dessen Oberfläche. Lunker entstehen durch Volumenabnahme beim Erstarren von Metallschmelzen. Die Volumenabnahme bei Abkühlung einer Schmelze besteht aus einer Volumenschwindung. Im flüssigen Zustand unterhalb der Gießtemperatur und oberhalb der Erstarrungstemperatur. Entscheidend für die Lunkerbildung ist die Erstarrungskontraktion beim Phasenübergang von flüssig zu fest. Kommt es bei der Erstarrung zu einem Einschluss der Schmelze von bereits erstarrtem Metall, kann weitere Schmelze nicht mehr nachfließen, um die Erstarrungsschrumpfung auszugleichen und ein Lunker entsteht. Das Auftreten von Lunkern entfestigt einen Werkstoff. Unterschied zwischen Lunker und Poren Poren und Lunker unterscheiden sich aufgrund ihrer Entstehungsursachen. Hohlräume, die sich beim Erstarren von Metallschmelzen aufgrund der Volumenabnahme bilden, heißen Lunker. Hohlräume, die sich beim Erstarren aufgrund von Gasblasen bilden, bezeichnet man als Poren. Sehr feine Lunker, sogenannte Mikrolunker, werden ebenfalls als Poren bezeichnet. Bei ihnen handelt es sich jedoch um Erstarrungsporen. Risse In vielen Fällen entsteht ein Riss im Betrieb unter Ermüdungsbelastung. Durch zyklische Spannungswechsel kommt es örtlich zur Rissbildung, dem sich dann ein Risswachstum anschließt. Einschlüsse Einschlüsse sind im Kristall eingeschlossene feste Fremdphasen. Die Ursache ist herstellungsbedingt und auf eine verunreinigte Schmelze zurückzuführen. Einschlüsse sind Werkstofffehler und erniedrigen die Festigkeit von Werkstoffen. Ausscheidungen sind eine spezielle Form der Einschlüsse. Hier wird die Fremdphase aus dem Kristall selbst gebildet und in die Grundmatrix eingebettet. Ausscheidungen haben demnach eine werkstoffbedingte Ursache. Beispiel hierfür sind ausscheidungsgehärtete Legierungen wie zum Beispiel Aluminium-Kupfer-Legierungen, bei denen feine Ausscheidungen der intermetallischen Phase, Aluminium und Kupfer, in eine Matrix aus Aluminiumkörnern eingebettet sind und zu hoher Festigkeit führen. Ausscheidungen haben immer auch Phasengrenzen und führen bei kohärenten Phasengrenzen zu Gitterverzerrungen. Kohärente, aber auch inkohärente Ausscheidungen erhöhen im Allgemeinen die Festigkeit von Werkstoffen. Zusammenfassung Drei-dimensionale Fehler sind Fehler, die viel größer als andere Gitterfehler sein können. Sie treten bei allen metallischen Werkstoffen und bei nicht-metallischen Werkstoffen auf. Sie sind so groß, dass man sie sogar schon mithilfe von Lupen oder Mikroskopen erkennen kann. Drei-dimensionale Fehler sind Poren, Lunker, Risse, Einschlüsse und Ausscheidungen von Leerstellen. Drei-dimensionale Fehler sind Poren, Lunker, Risse, Einschlüsse und Ausscheidungen von Leerstellen. Drei-dimensionale Fehler sind Poren, Lunker, Risse, Einschlüsse und Ausscheidungen von Leerstellen.